Beim Studiengang IT-Analyst laufen die Module in einer sequentiellen Reihenfolge ab. Ein Modul startet und endet mit einem Präsenztag, wobei jedes Studienjahr mit einer Präsenzwoche beginnt. Während der Selbstlernphasen zwischen den Präsenzen erfolgt die Betreuung, Kommunikation und Stoffvermittlung über eine Online-Lernplattform. Pro Semester werden vier Module mit jeweils fünf Credit Points angeboten. Präsenzen finden immer an einem Freitag und dem darauf folgenden Samstag statt. Aus diesem Ablaufschema ergeben sich im Jahr ca. 20 Präsenztage, davon acht Samstage. Alle folgenden Semester sind gleich aufgebaut. Das vierte Studienjahr endet mit dem elf Wochen andauernden Studienprojekt. Im neunten Semester erfolgt der Abschluss des Studiums mit der Bachelorarbeit.